Ach Scheiße, ich hätte bitte rechts. Ich glaube, ich muss gar nicht so hoch ziehen. Ich ziehe immer so hoch. Wow. Habt ihr die Kugel gesehen? Die kamen genau in die Schnauze geflogen. Können wir da drin spawnen? Ein bisschen nah. Aber hier. Die kamen rechtzeitig. Das ist nichts. Wir haben Einsatzziel all erobert. Wir haben den Sektor erobert. Säubert den Sektor von Feinden. Lucky Punching. Wir haben den Sektor gesichert. Ja. Wir haben den Sektor gesichert. Das bockt eigentlich schon. Bis auf, dass ich halt nichts reiße. Ich persönlich passiert halt nicht viel. Können wir das Ding drehen? Komm, komm, komm. Dreh, 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 dreh. Oh, damit können wir bestimmt was reißen. Ah, toll. Ja, scheiße. War keine Kugel drin. Da drin. Schießt einer auf mich. Kriegen wir den? Hm. Bis jetzt war noch. Ja, damn. Das geht's doch nicht. Muss doch mal irgendwann in die Luft fliegen. Von den Fotzen. Ich seh nur die ganze Zeit, wie die Kugeln hier drauf klatschen. Aber, ich seh nicht schon wo. Piu. Piu, piu. Ich will irgendwo drauf schießen. Ich glaube, ich bin zu weit weg. Ich glaube, hier hinten passiert nicht viel. Da fliegt was. Oh, ich hab'n Feind getroffen. Bisschen niedriger. Oh. Hey. So gut, ey. Und nochmal. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ich glaube, jetzt wissen sie, wo die Kugeln landen. Also, mir gefällt's hier. Hier ist schön sicher. Ich brauch' keine Angst haben, dass ich abgeknallt werde. Aber ich geh' jetzt gleich mal vor. Nein! Warum? Ich hätte einen... Oh, nein! Ich hätte... Das ist eine Kugel... Hätte ich nicht machen sollen. Damn. Das ist eine Kugel, hätte ich mich sparen sollen. Dann wär' ich nicht gestorben. Ja, toll. Wir haben den Sektor gesichert. Das ist wieder so'n Sniper-Ding hier. Ich will den bestimmt wieder weg, das Sniper-Ding da. Nein! Das nervt mich so. Das nervt mich so. Das nervt mich so. Das nervt mich so. Ein paar Sniper-Anker. Ein paar Sniper-Anker. Aaaaah! Sag mal, fick dich, Alter! Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ach, was ist das ein Abfahrt? Fuck. Woah! Schraubank ist in Bisschen Nebelitsch hier, ne? Schönen Panzer. Da läuft jemand. WTF? Hä? Hä? Sag mal. Ey. Oh Mann. Das macht doch keinen Spaß so. Ach, zu schlecht. Schnell rein. Ja. Ja. Luftdetonationsmöde. Ja. Hoffentlich war das nicht zu nahe. Ja. 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 Ich werf ne Granate. Ich werf ne Granate. Ich werf ne Granate. Vorsicht jetzt. Ich werf ne Granate auf. Ja. 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 Krieg ist scheiße, Leute. Da sterben viel zu viele Menschen. Ja. 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 Wir verlieren Einsatzziel Albert. Das ist ein B-safe. Äh, A-safe. Albert. Ich werfe der Granate! Ey! Tricks, Panzer, Penner, Wichser, Arsch. Ficker, Missgeburt. Könnte man sich da gerade drüber aufregen, über die Kacke. Können wir die alle sterben, wie die fliegen. Camping piece of shit. Lont sich das eigentlich? Das Rennen? Weil danach ist man ja langsamer. Für eine gewisse Zeit. Macht es mehr Sinn, einfach durchzurennen? Oder gleicht sich das genau aus? Boah, jetzt schnell zu A. Schnell zu A. Schnell! Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Wir haben das Einsatzziel Darta erobert. Ja. Genau im Wechsel, ey. Von hinten erschaffen. Boah! Shit. Nice fight. Ja, schön. Das ist ein Scheiß. Ah, nein. Kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir. Nein. Boah, Leute, echt jetzt? Ne, wir überhalten den. Wir haben noch 50 Soldaten. Boah, das ist dein Scheiß Ernst, Alter. Wenigstens mit der Splitter gerade noch einen weggeholt. Komm, 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 komm. Boah, nein. Gucke. Ey, das passt wieder nicht, ne? Boah, Leute, das ist weg. Boah, fuck. Ah. Ich würde grad die Maske aufziehen, ey. Wir haben gewonnen. Nein. Ich salutiere vor euch Männer. Ihr habt gekämpft wie Löwen und diesen brutalen Gegner vertrieben. Aber lasst uns nicht ruhen. Hinterher, Männer, in die Wüste. Nachdem die Briten den Suezkanal gesichert hatten, verfolgten sie die osmanischen Truppen in die Tiefe der Wüste Sinai. Hier hatte die osmanische Armee provisorische, aber stabile Verteidigungsanlagen errichtet. Was geht denn noch weiter? Oh, das wird, glaube ich, ein bisschen längeres Let's Play, hm? Wenn ich mir das so ansehe. Was, was haben wir angefangen? Jawohl. Ich komme auf an, wie lange das jetzt geht. Wir verfolgen die Osmanen bis tief in die Wüste Sinai. Einem so weitläufigen Gebiet, dass ich mir unbedeutend vorkomme. So zeitlos, dass ich an jene denke, die vor uns hier waren. Wir werden eine Schlacht schlagen wie einst die Römer. Ein bisschen schlecht gemacht, finde ich, ne? Oh, wir sind Verteidiger. Ist das der Weg? Das heißt? Kommen von da hinten, oder? Alter, halt, geh, geh. Oßmann. Ach so, das ist ein Wort. Das trägt's ja. Kann ich auch? Ich hab doch irgendeine. Oh, das sollte ich jetzt lieber nicht machen. Das trägt fest. Wir fahren da oben lang, die Penner. Oh, oh. Und tschüss. nein 88 wichser ja hilfe zählt als kill noch bin ich nicht gestorben wir haben das einsatz ziel albert verloren leute wir werden geschlachtet werden geschlachtet und zwar des grauens was war denn da So, das heißt Ich bin jetzt hier Schmähre verlegen Wie gemacht Wir verlieren einsatzziel Albert Was tut die denn da noch? Ah Ich finde ich habe mich wacker geschlagen Nein, schnell, 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 schnell Leute, tötet sie Oh, wieder am Arsch Der Wild gespawnt Oh, da zielt einer Ah, war ja Der hat mich erschossen Der hat mich niedergesiebelt Dieser Siebelzahntiger Wo da hinten ist ein Panzer? Drecksack Jetzt hat er mich Nein, schon wieder der Ey, den haben wir doch eben kalt gemacht Das gibt es doch nicht Wieso rennt der hier durch Und macht alles Nieder mit seinem Dönermesser Oh Mann, ey Der fuckt mich voll ab gerade Was denn da? Das ist ja Was denn da? Oh Mann, ich bin der Nein, ich bin der Das ist ja Nein!